Dadurch Sportfreund Niklas Eichhorn, Chemnitz. Zum Hattel 2. Moritz Liener und Lukas Welke. Bereithalten sich Erik Ulich, Werthau und Leon Langeblauen. Bereithalten. Versuch den Arm auszuholen. Arm aus, zieh den Arm aus. Jetzt geh ab, lieber Holger. So, eine Cola zum nächsten Training für Cedric Hofmann. Das war die Werthau und Kumpf. Er wird Sieger über Demfansker aus Zöblitz. Wir sind bei der A-Jugend im Kriegungsstil. So, 58 Kilogramm setzen wir fort auf Mathe 1. Erik Ulich und Leon Langeblauen. Zur Mathe 1.